Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei die Vorbereitung für Älter 2. Peace, Leute. Mit dem 3L-Pay. Ich war noch nicht bemerkt. Entschuldigung, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Wer ist denn der Mann, Mann? Der Mann, Mann, der alles kann. Kann, kann. Kann, kann. Zum Scheiß. So, ich fähre mir die Bäume, die in der Unruhe hin. Und die pflanze ich dann aber wieder neu hin. Weil ich finde die ganz schön so als, obwohl, dann sieht man unser Haus nicht so schön von überall. Man soll unser Haus auch nicht wie ein Leuchtturm von überall sehen. Das wäre aber cool. Dann finden wir uns immer zurück. Ich frage mich allerdings gerade, wo wir das ETHAM-Portal denn hinbauen. Na, das werden wir sehen. Irgendwie hinter uns. Wollen wir das auf den Dachboden oder so? Hinter unser Haus auf den Dachboden. Keine Ahnung. Mal gucken dann. Unser Glas-Diater ist eingebaut. Unser Glas-Diater hat einen Arm verloren. Oh nein. Was? Unser Glas-Diater hat einen Arm verloren. Was? Was? Medic. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Moment. Medic. Okay, ihm geht's wieder gut. Das war knapp. Er hat eine Menge Blut verloren. Oh mein Gott. Hast du was auf die Jacke bekommen? Nö. Meine Rüstung sieht ganz gut aus. So. Man kann irgendwie beim Bauen nur so sagen in Minecraft. Irgendwie ist es so. Dann hab ich das jetzt auch. Ja, es ist krass. So, dann haben wir das jetzt so gemacht und dann seht ihr das dann so. Und wenn wir das so machen, dann ist es so. Ist es so. Ist so. Ist so, LP. Haben wir noch Glas? So, unser Haus kriegt eine schöne Umrandung. Iiii. Eine Umrandung. Klar, lass mal die Monster einfach reinkommen. Ja. Ich möchte sie mit offenen Armen begrüßen, bitte. Wäre das möglich? Wir begrüßen sich Emus. Ich fand's lustig. Ups, geht's hier gut? Er war schlecht. Ach, Quatsch. Das kannst du jetzt so nicht sagen. Pure Schlechtheit. Der war nicht schlecht. Der war schlecht. Der war auf einem hohen Niveau, Alter. Im Gegensatz zum Manch, was hier manchmal so abgeht. Was in der letzten Folge so abging. Was ging in der letzten Folge ab? Ich weiß es nicht. Da war ich gar nicht dabei. Nee. Ich auch nicht. Glas, die da hat moderiert, hab ich gehört. Da glast die noch. Hat er gut gemacht. Ich weiß. Das macht er immer. Das macht er. Du hast aber auf der linken Seite eine Abstimmung vergessen. Ja, ich hab noch nicht alles fertig. Was wollte ich denn jetzt hier unten? Was wollte ich denn jetzt hier unten? Was wollte ich denn jetzt hier unten? Mäh. Ich weiß es. Mäh, wolltest du Sand? Mäh. Lass uns hier mal eine Nuke hochgehen lassen. Okay, ich insoliere den Mod. So, abbauen, abbauen. Im Prinzip, ich weiß ja nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben. Achso, ich weiß ja nicht, du hast ja schon erwähnt, dass Techkit vorgehen wird anstatt Äther und so ein Mist. Ja, wie vorgehen? Was? Wie meinst du das mit Vorgehen? Ja, dass, falls wir keine Folgen mehr haben, erstmal Techkit ankommt und so. Also Techkit ist an erster Stelle. Achso. Ja, ich denke schon, also. Das kriegen wir aber eigentlich ganz gut hin, denke ich. Hoffentlich. Ja, das wird schon. Ich glaube, im ETH laden wir keine hin, oder? Mäh, müssen wir nicht unbedingt. Dann bleiben wir unter uns, weißt du, die ganzen Leute da. Ja, ich mein, zu viert bei Techkit, das ist schon. Ich hätte niemals gedacht, dass wir zu viert sein werden. Ja, es ist schon krass. Ich finde das gut. Ja, das ist nicht schlecht. Naja, man wird sich sehen. Man wird sich sehen. Techkit muss man dann auch mal irgendwann wieder aufnehmen. Zusammen. Nur mal gucken, wie wir einen Termin finden. Ja. So. Immer wenn ich ein Ei werfe und nicht ins Gehege, wird es gespawnt. Tja. Dann wirfst du einfach ins Gehege. Nein, den Spawns nicht. Ja. Spawns nicht. Das ist keine Logik, Alter. Das ist jetzt no logic. Das ist logik. Das ist logik. Aber wenn ich zwei Sekunden mehr warte, dann ist die Spawnrate schon wieder weg. Weischt? Natürlich. Das ist ganz klar. Ich weiß. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Eine Menge. Da sind Setzlinge. Und keine Samen, wie ich es mal. Ja, ich auch. Aber ich mach mir dann mal Pfundkuchen und dann geh ins Bett. Ich will auch Pfundkuchen. Mach mir auch welche. Später. Wie siehst du das eigentlich? Wenig Grafikeinstellungen? Quality? Fancy? Ich glaube, ich mach mir morgen welche. Okay. Jetzt haben wir... Hier sieht sie gleich schön aus. Oh mein Gott. Ich hab grad mal diese Better Grass angemacht, damit an den Seiten, an den Grasblöcken auch sowas hochwächst. Das sieht gleich farbenfroh aus. Mhm. Ist so. Mhm. Ist so. Ich glaube, ich baue mir einen Bunker hier unten, wo ich das Ding, den ganzen Cobblestone abbaue. Genau. Dann singe ich, ich hocke immer in einem Bunker. Das machst du. So werden wir das machen. Genau. So. Ich glaube, so viele werden wir gar nicht brauchen. Da ist ein Ei geploppt. Ich hab's legen gehört. Haben sich das wirklich so anhört? Das ist ja lustig. Ich hab auch eins gehört. So. Jetzt einmal ne Umrandung. Weil unser Haus so schön ist. Ah, B, C, D, E. D, E, F, G. Ja, so geht das weiter. Oh, ich hab gedacht, da kommt schon aufs Set. Nein. Wie man sich hören kann. Nein, 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 nein. So schnell geht das alles nicht. Du bist zu eilig, junger Padawan. Wie soll ich jetzt hier mal rüberkommen? Soll ich noch den Zaun springen? Dich einmal schla... Ach, scheiße. Ich will den nicht mehr. Äh, ich lass mir da hinten noch was einfüllen mit dem Tor oder so. Das Tor. So, Welt. Nur heute im Kio. Kio, Kio. Nur heute im Kio? Nur heute im Kio. Hoff Befehl. Ich mach da mal ein richtiges Lager. Wir haben ein richtiges Lager. Wie ein richtiges Lager? Willst du das abstreiten? Ja. Na, da hast du vielleicht recht. Ich weiß. Das ist ja das Schlimme. Wir haben ja auch noch ein bisschen Leder. Da kann man dann... Itemframes machen. Na, mal sehen. So, hier haben wir alles gut ausgeleuchtet. Abgefackelt. Unser Dach sieht scheiß aus. Noch. Es wird gleich besser. Kann man da oben schon was machen? Schon was reinstellen? Ja, könnte man. Mann machen, aber damit behinderst du mich nur. Dann bin ich noch behindert als sonst. Dann ist das meine Aufgabe jetzt. Wollen wir hier Leder? Hast du noch ein bisschen Leder? Weiß ich nicht. Wofür brauchst du das denn? Für Itemframes. Wenn du verschwendest jetzt nicht das ganze Leder. Außerdem hast du mein Leder auch noch. Wir brauchen noch was für Bücher. Zu spät. Ich hole noch hier. Du holst jetzt neues. Ach, nein, jetzt nicht. Du wirst es eh nicht tun. Was? Ja, ich werde eh kein neues Leder holen. Deswegen. Ob ich das jetzt oder später mache, ist egal. Was machst du da? Ich baue das Lagerdingens. Ich baue die gleichen Lagerdingens. Das ist ja nicht immer so Haftbefehl-Like, Alter. Das ist nicht Haftbefehl. Natürlich. Nein. Das ist Hafti, Abi, Barbie, Straßenstyle, Junge. Ach, Quatsch. So. Oh, jetzt komm mal. Äther Musik. Äther Musik. Äther Musik. Ach, machen wir das so. Genau so machen wir das. Und dann kommt hier ein Rahmen hin. Hier ein Rahmen hin und hier ein Rahmen hin. Da kommt die Äther Musik. Ich hab, also ich hab die Musik aus, aber eigentlich sollte keine kommen. Die hört sich irgendwie, die hört sich irgendwie komisch an. So. Die hört sich richtig geil an. Lol. Da könnte ich mich drin verlieben. Drin verlieben direkt. Alter, die muss ich lauter machen. Oh, zu laut, zu laut. Scheiße. Lüsschen. Bleckenroffel. Geht's dir gut? Das ist einfach so. Ich fall immer runter. Ich glaub, es ist einer durchgebrannt. Wenn du die Musik hören würdest, Alter. Die ist epischer als in Castle Crashers. Oh, jetzt hab ich was gesagt. Oh, da, da. Na, Castle Crashers ist ja schon zu Ende, glaub ich, wenn das dann hier rauskommt. Ja? Ja. Sind wir schon so weit? Ne, aber ich lad's ja... Die erste Folge von Dingens hier kommt mit der hundertsten Folge von Tacket raus. Oh, ist schön, Alter. Könnte ich gleich anfangen zu weinen. Lul. Jetzt ist sie vorbei. Nein. Nein. Bei epischer als bei Castle Crashers, da müssen die aber schon was drauflegen, ne? Also, das eine Lied hier grad ist epischer als CC. CC? Nehmen wir das jetzt CC? Sind wir jetzt Hipster geworden oder was? CC. Warum kann ich keine Nüsschen platzieren, Mann? Äh, weiß ich nicht. Später in sich so, nö. Wir können dann gleich nochmal Folgenpause machen, ne? Hm, wenn ich das Dach fertig habe, können wir das machen. Hm, na, wie, wie weit bist du denn? Gleich fertig ungefähr. Ja, das ist gut. Könnte gehen. Soll ich die Musik für dich aufnehmen? Die ist einfach... Kannst du mal machen, wenn du würdest. Ich glaube, ich kann mir die ETA-ingame-Musik ja auch bei YouTube anhören oder so. Echt, das kann man? Na, steck schon. Dann zieh ich mir die nicht. Und wenn sie noch nicht da ist, dann warte ich hoch und krieg da mit einer Million Views. Mindestens. Eine Million Views, genau. Eine Million. Jetzt habe ich da eine Kacke da aufgenommen, glaube ich. Und... Wow, war das knapp. Was denn? Jetzt ist sie vorbei. Vorbei. Bye. So. Philipp traurig. Philipp traurig. Oh, Mann. Du hast echt einen weg, ey. Alter, die war so episch, Mann. Okay. Hättest du dir gehört, du wärst so ausgerastet. Du... Hättest dir... ...Mayonnaise drauf geschmiert und gegessen. Yep. Ja, es ist so. Ist so. Es ist so. Ist so. Ist so, LP. Sag ich da. Oh. Die Lohre, wieso... Leuchte. Au. Oben mal aus. Äh. Was ist denn da... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hier kommen Werkzeuge rein und hier kommt Essen rein. Hast du noch Steintreppen? Nein. Hast du noch Stein? Warte, ich guck gleich, ob ich noch... Warte, du verschwendest jetzt wirklich einen Apfel für... Ja, das ist dann nur für die, für die, für die Essen, äh, Dinger, oder? Pack da einen Rotten Flash rein. Wo denn? In den Item Frame. Ja, später. Juten Tag, ich bin der Fensterputzer. Guck mal rechts raus. Hallo. Ich mach das hier so ein bisschen separat, so kleine Portionen, damit man die direkt so nehmen kann von der Kohle. Kleine Portionen, was ist, wenn ich mal was Größeres brauch? Naja, dann sind ja immer noch größeres Text da. Ah, das klingt plausibel. So. Wo ist denn jetzt die Workbench hin? Äh, warte, ich hab die im Inventar da... Ich, äh, überleg mir grad, wo ich die hinstellen kann. Hier. Ne, ne, da kommt er noch... Hier in die Ecke, komm. Ich pack dir gleich was in die Ecke. Oder hier oben drauf. Oh, sie hat's nicht weg. Okay. Vier, wie viel brauch ich noch? Ja, ich glaub, ich pack dir dann da oben drauf. So, mein Nummer 12. So. Jetzt kannst du weg. Schon wieder ein Hühnchen. Oh, hier in die Seite kommen dann auch noch zwei Truhen. Und da können wir dann ein paar Rohstoffe reinmachen. Ich guck gleich ernsthaft auf YouTube. Ob's diese Kackmusik gibt, Alter. Die weiß ich auch so. Krasser Typ, ey. Krasser Typ. Ohne Scheiß. Nein. Nein. Jetzt hab ich Stein verschwendet, Mann. Ich bin traurig. Warum denn als, ey? Weil die Musik zu Ende ist und ich Stein verschwendet hab. Oh. Ist natürlich schrecklich. Ist hier Stein drin? Nein. Da drüben ist Stein. Hier. Wo? Wo? Ne, da wo Stein dran steht, ist da Stein drin. Ist da drin? Momentan nur drei. Drei. Wo? Dann hast du nicht in einer Kiste, ist gar nichts. Und hier drin ist Erde, aber kein Stein. 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 Ich baue weiter Stein ab. Und sterbe vielleicht. Warte mal, da können wir auch was anderes machen. Alte Werkzeuge brauchen wir nicht unbedingt. Dann machen wir hier... Die Eisenkiste am Rand ist auch irgendwie kacke. Die stört. Ja, nur gut, wir haben halt wenig Platz, ne? Egal, dann pack die an die Seite irgendwie, aber nicht nach vorne. Das ist wirklich kacke. Jacke ist das. Wir haben wenig Platz, Mann. Das ist kacke. Ja, du bist auch kacke und ich mecke auch nicht. Natürlich meckerst du. Stimmt. Ja. Verdammt. Ja, aber doch nicht so. Doch. Also, wenn du mal meckerst, darf ich auch mal meckern. Quatsch. Ich stehe nicht in deinem Vertrag. Da steht drin, dass ich 500 Euro pro Woche kriege. Da steht noch nicht mal drin, dass du eine Gewerkschaft gründen darfst. Sei froh, dass du hier bist. Hast du mal so krass abgewiesen. So. Dann können wir das da drüben noch reinpucken. Oh, die Hühner sind gewachsen. Hast du noch Samen? Hm, nein. Aber ich könnte dann welche haben, wenn der Weizen mal wachsen würde. Komm her. Ja, komm, mach Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Ja, Liebe, Liebe, Liebe. Komm. Komm. Geht's dir gut, Mann? Ja, Liebe. Die machen jetzt gerade Liebe. Hm, heißt so Liebe. Oder krieg ich meine Erfahrung durch. Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Wo ist das Kind gerade? Wo ist das Kind gerade? Da holst du dir ein Auge, wa? So, Seerosenblatt, Eimer gebrannt. Boah, ich krieg zu viel. Faden, können wir auch mit in die Wollküste machen. Von was denn? Von meiner Eingeschlagung. Oh, jetzt hab ich auch mal gegengehauen. Jetzt geht's wieder. Jo, schlag dich selbst. Machste, kannst du. Willig. Was? Was? Jetzt fehlt mir genau ein Stein. Nein. Nein, dafür geh ich jetzt nicht extra. Nein. Erstmal upraged. Mann, Mann, Mann. Nimm mal dieser ein Stein. Hahaha. Wow, der Witz war wow. Ja, der war zu hoch für dich. Der war zu hoch. Nee, nee, der war schon geil. Hast du meine Kiste schon geflendert? Nein, noch nicht. Wo mache ich das jetzt? Ich pflanze gerade unser Weizenfeld neu an. Ah, er hat Pflanz gesagt. Haha. Höh. Loll. Ey, da kommt kein Seed raus. Woffel. Das ist auch's Graf. Es war geil. Es war geil. Ich hab ihm so ein Weizenfeld abgebaut. Und es kam zwei Weizen raus, aber kein Seed. Okay. That's nice. That's not nice. Ich hab drei Brote. So. So, meine Kiste ist auch geflendert. Kommt jetzt Cobblestone und Ding ins rein? Was? Jakob ist... Die Treppenkiste ist richtig unnötig. Warum? Die Treppenkiste ist geil. Die können wir ja auch nochmal umhinden, wenn wir sie wirklich nicht brauchen. So, und hier in die Ecken können wir ja auch nochmal Kisten stellen. Wo ist denn Kohle? What the fuck, wie viel Kohle haben wir? Hier hab ich doch gesagt. Und ich hab halt hier immer diese kleinen Potionchen gemacht. Damit man die wirklich so... ...separat entnehmen kann. Wo soll Glas mit rein? Glas? Ja, dafür... Wir könnten im Prinzip... Für das hier... Für diese Treppenkiste können wir Glas machen von mir aus. Was sie... Du hast den... Genau. Dann machen wir das hier einfach mit rein. Guck mal, das sieht doch geil aus. Ja, genau, genau, genau. Anstatt da so einen ganzen Block reinzupacken, hab ich da jetzt so einen... That is nice. Gut, dann haben wir ein Lagersystem. Das ist doch geil. Das gefällt. Das, was wir in TechEd noch nicht haben. Ja. Ich will das auch demnächst bauen, irgendwann. Aber obwohl, wenn die Vögel hier rauskommt, dann ist das wahrscheinlich schon längst fertig. Ja, ich glaube auch. Eventuell. So, was machen wir denn jetzt? Achso, wir wollten Folgen Ende mal, ne? Genau, wir sind schon über der... Alter, wir sind schon wieder so über der Zeit. Na gut, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei... Data-Vorbereitung. Genau. Auf wieder schauen. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns nur durch den dünnkens. Wir sehen uns im Info. Wir sehen uns Gericht. Vielen Dank.